So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Gut. Ich bin also ein Bote? Hi. Mal sehen, ob Franklin herausfindet, wie die verdammte Schatulle funktioniert. Bleib bei ihm. Oh, und soweit ich unterrichtet bin, weiß der Mann nichts über die Templer oder die Assassinen. Oh, eine einfache Aufgabe. Für einen einfachen Mann. Mal gucken. Das hier ist übrigens so ein geiles Schiff, was explodiert. Wenn man es richtig trifft oder wenn man da drauf geht. Wieso gibt es jetzt eigentlich Stein zu plündern? Welche Ressource an Stein würde man brauchen? Oder was würde man für die Ressource Stein brauchen? Das ist eine gute Frage. Sleepy Hollow. Ich muss sagen, ich habe gestern der Pate geguckt. Und, äh, ja. Ich habe zwar den Film in Farbe geguckt, aber man merkt, dass es ein ziemlich alter Film ist. Muss man sagen. So. Du schon wieder. Ja. 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 Du gehst weiter. Ja. Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gut heißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Ja, wenn die Blitzableiter nicht mehr da sind. Dann ist das ja schrecklich. Na, gib mir. Ich möchte euch nicht stören. Äh, ja. Das weiß ich auch schon. Ja, das weiß ich auch schon. Ja. Ja, lieber ist das schwer. Das Wetter verschlechtert sich. Ihr wisst, wo das Lagerhaus ist, Soldat. Aye, Sir. Ja, super. Toll. Das war nicht so geplant. Ich wollte ja eigentlich gar nicht mal hier oben weggehen. Oder hier weggehen. Hatte der jetzt ein Initialisierungsproblem? Oder was ist jetzt los? Dass der jetzt... Nicht Unsinn, aber ich glaube, ich werde verfolgt. Sicher Einbildung, aber ich wage meinen Blick. Dass der jetzt so ein komisches Blickfeld hat. Ich halte mich von dort fern. Es heißt, der Mann experimentiert mit Blitzen. Apropos Blitzen, da scheint ein Sturm aufzuziehen. Ei, hoffen wir erwartet, bis wir Dienstschloss haben. Hey, darling. Lust auf ein Pein? Sicher, wenn du kommt in mich bringst. Oh, das ist hart. Have you caught something? Yes, I must have. Ich glaube, ich habe so ganz... ...schlechte... ...eine ganz schlechte Route gewählt. Nein! Hach! Das gibt es doch nicht. Na, der Noob schlägt wieder zu. Der Noob schlägt wieder zu. Wie üblich. Ich glaube, ich werde verfolgt. Sicher Einbildung, aber ich wage meinen Blick. Ich muss da hoch. Würde ich sagen. Der Mitch. Ich halte mich von dort fern. Es heißt, der Mann experimentiert mit Blitzen. Apropos Blitzen, da scheint ein Sturm aufzuziehen. Hoffen wir erwartet, bis wir Dienstschloss haben. Lust auf den Fallen? Sicher, wenn du Kumpel mitbringst. Du, das ist hart. Na? Hast du vielleicht noch was für mich? So. Schlafpfeile oder sowas. Ich bin immer gern gesehen bei mir. Dreh dich um. Komm. Dreh dich um. 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 So. Schön. Keiner sieht mich mehr. Man muss immer davor stehen. Ich frage mich, was Master Franklin mit den Stangen vorhat. Na, er will Blitze ableiten. Komm her! Ah, toll. Er hat's gesehen. Schön dann. Und... Uh, ich glaube, ich komme diesmal 100%. Ja? Oh! Ähm... Ja, Wölflein. Dich habe ich nicht gesehen. Aber das war jetzt auch nicht schlimm. Denn ich habe es auch so geschafft. Na, Franklin? Hey! Gott sei Dank! Schnell! Er will mit den Stangen! Oh, yeah! Du solltest da nicht dran, äh... rumspielen. Während... da Strom drauf geht. Wo ist das? Portugal! Lissabon, da bin ich mir sicher! Macht euch hinfort, Shay! Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Nicht entdecken lassen, habe ich auch geschafft. Cool. So macht man das. Gut. 700 Meter. Ist das mit dem Schiff zu bewältigen? Ja, ich muss mit dem Schiff fahren. Give me my ship. Das nächste Büro ist am Mount Vernon. Hope wird mich erwarten. So, ich muss mich jetzt aus dem Staub machen. 700 Meter weiter. Von der Frau... empfangt zu werden, die gerade mich verlassen hat. Sinnvoll. Irgendwie. Naja, vielleicht kommt da noch was Wichtiges zu Tage. Ähm, ne. Ich betrieb das mal nicht. Ich werde direkt segeln. Wenn man mal... schön... vor... das Steuer kommt. Na, und... so... Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Rolle von Benjamin Franklin. also... Also... Andocken. Oh, ja, man sollte vielleicht auch warten und sich nicht vom Schiff verdecken lassen. So, jetzt aber. Habt ihr vielleicht ein bisschen was zum Auf-Rumpfpanzerung? Nein, nein. Ich habe zu wenig Metall. Gewöhnliche Kugeln. Burkkanonen. Ne, gewöhnliche Kugeln. Mörser. Äh, Ramspornverbesserung und starke Kugeln. Äh. Packelgewehr. Bomben. Mal das da. Gewehrtrommel. Okay, also ich nehme jetzt mal Stärke der Rundkugeln. Bestätigen. Und sonst, äh, hätte ich gerne das, dieses, äh, ist alles zu teuer, schwere Burg, Freizeiten, Rumpfpanzerung. Ah, die Rumpfpanzerung hätte ich mir gerne gekauft, aber, ne. Gut. Hat mal Stein. Äh, was ist denn hier? Kann für die Renovierung von Gebäuden benutzt werden? Okay, das ist nichts wert. Dann laufen wir mal weiter. Wir können hier scheinbar auch Gebäude renovieren. Das klingt mal, äh, sehr interessant. Na ja. Mal gucken. Ja. All right. Okay.